Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du für deinen Betrieb eine digitale Baustellenmappe erstellen kannst und was das genau ist. Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! So, vielleicht kennst du das. Du hast Aufträge und nicht zu wenig und letztendlich stellt sich die Frage, wie kannst du als Geschäftsführer eigentlich einen Überblick darüber haben, wo die Projekte, vielleicht die Baustellen, auf welchem Status die gerade sind. Du hast viele Kunden angenommen, das Ganze läuft auch, liefert auch einen geilen Service ab, die Kunden sind happy. Aber du fragst dich als Geschäftsführer, wie kann ich eigentlich überblicken, wie viele Aufträge ich gerade offen habe, wie viele gerade sozusagen in Montage sind, wie viele vielleicht in einer Reklamation sind, wie viele abgeschlossen sind und so weiter. Wenn du da noch keine Übersicht als Geschäftsführer hast, dann solltest du das auf jeden Fall digitalisieren und wie das funktioniert, das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Das Ganze nennt sich digitale Baustellenmappe und wir bringen das unseren Partnerbetrieben bei der A&M auch immer so bei. Letztendlich musst du dir erstmal Gedanken machen über deine Ist-Situation. Was kannst du schon sehen, was kannst du noch nicht sehen und was willst du auch überhaupt sehen und wie sind auch deine Schritte im Betrieb. Und das Ganze ist einfach dafür da, indem man einfach auch häufig die Situation hat, die meisten haben eine Montagemappe, eine Baustellenmappe, die geht dann mit ins Fahrzeug und nachdem die Baustelle fertig ist, kommt die wieder ins Büro und so weiter. Jetzt hat man folgende Situation. Die Baustellenmappe geht morgens mit raus, mit aufs Montagefahrzeug und dann ruft der Kunde im Service an und sagt, ja, ich wollte nochmal sagen, das und das ist für meine Baustelle hier ganz wichtig. Naja, und jetzt die Frage, wo schreibt man das jetzt rein? Wie bekommen jetzt die Handwerker, die unterwegs sind zur Baustelle, die Information? Das Ganze ist alles ein bisschen schwierig. Das heißt, wir müssen das irgendwie hinbekommen, dass jeder immer auf dem gleichen Wissensstand ist und die gleichen Informationen hat. Und dafür brauchen wir die digitale Baustellenmappe. Damit ist es möglich, dass die Handwerker auf der Baustelle sehen, welche Änderungen es im Auftrag gibt. Die können teilweise Bilder vom Auftrag machen, wenn sie fertig sind. Sie können sich was unterschreiben lassen vom Kunden auf der Baustelle. Und auch das Office, also das Büro, kann zum Beispiel Notizen hinterlegen, wenn der Kunde noch irgendwas gesagt hat, was ihm besonders wichtig ist, oder ob er noch ein bestimmtes Zusatzprodukt haben möchte. Das kann dann das Handwerkerteam, der Montagetrupp, kann er es dann direkt berücksichtigen und noch mitnehmen vielleicht, oder direkt auf der Baustelle noch einsehen und berücksichtigen. Um diese ganzen Themen geht es. Und wie wir das in der Regel machen, ist, dass wir uns das vorstellen wie so eine Art Pipeline, kann man sich das vorstellen. Du musst dir nämlich erst mal bewusst machen, welche Phasen hast du eigentlich. Und ich gehe jetzt mal durch so einen idealtypischen Fachhandelsbetrieb oder Handwerksbetrieb durch. Und zwar, wir machen das einfach mal am Beispiel eines Küchenstudios. Und es gibt hier so eine Pipeline, verschiedene Phasen. Und dann, diese Phasen teilt man in der Regel ein in die einzelnen Prozessschritte, die es bei dir im Betrieb gibt. Mal angefangen mit Auftrag eingegangen. Auftrag eingegangen. So, und hier kommen jetzt, sobald du einen Abschluss gemacht hast, ja, digital deine einzelnen Kärtchen rein. Wie setzt du das jetzt das Ganze hier um? Das ist abhängig von deinen genauen Bedürfnissen. Aber wir bieten da eben verschiedene oder wir geben da unseren Partnerbetrieben verschiedene Tools eben an die Hand, die man dann nutzen kann. Das System, was du nutzt, ist auch eigentlich völlig egal. Das Wichtige ist nur, dass du diesem Schema hier folgst, mit dem du deine Aufträge und deinen ganzen Prozess hier im Blick hast. Wie man das Ganze digital umsetzt, ist nochmal eine andere Sache. Wichtig ist mir jetzt für dieses Video, dass du das Konzept verstehst, ja. Du brauchst eben als Geschäftsführer von deinem Betrieb so eine Übersicht, wo du einmal von links nach rechts sehen kannst, wie die Aufträge durchfließen. Und ob es irgendwo Probleme gibt, ob sich irgendwo Aufträge stauen. Und das sehen wir jetzt gleich. Jetzt mal angenommen, du sitzt im Beratungsgespräch mit deinem Kunden. Dann sagt er, ja, ich möchte das machen, unterschreib vielleicht was. Und dann, im Idealfall hast du dann irgendein Formular oder irgendein Programm, wo dieser Auftrag dann bestätigt wird. Und sobald der bestätigt wird, landet der hier. Du hast hier vielleicht Kunde A, hier Kunde B, Kunde C. So, jetzt hast du nochmal eine zweite Phase, die heißt zum Beispiel Aufmaß. So, Aufmaß. Jetzt wandert zum Beispiel hier ein Kunde, wandert jetzt von Auftrag eingegangen in Aufmaß. Und landet jetzt hier drin. Dann weißt du schon mal, okay, der ist jetzt hier. Dann kannst du hier den Aufmaßtermin noch hinterlegen. Kannst vielleicht schon das Aufmaßformular, das Dokument hier reinladen und so weiter. So, und jetzt geht es vielleicht weiter mit Anzahlung eingegangen. Manche haben das auch schon vorher. Es ist je nachdem, wie das bei dir im Unternehmen gehandhabt wird. Anzahlung, was gibt es noch? Jetzt gibt es vielleicht Montagetermin. Oder nee, Bestellung erst mal. Ja, sobald wir die Anzahlung haben, bestellen wir das Ganze. Sobald wir das bestellt haben, gibt es Montagetermin. Und manchmal auch fertig zur Montage. Dann nur Montage. So, und dann gibt es hier nochmal Reklamation. Reklamation und fertig. Ja, so. Das ist jetzt mal ganz, ganz grob ein Geschäftsprozess in der Montage oder in der Kundenerbringung, in der Dienstleistung sozusagen für einen beispielhaften Handwerksbetrieb. Und da gibt es natürlich noch verschiedene Abstufungen. Ja, manchmal hat man noch Bestellungen am Lager, fertig zur Montage, Montagetermin festgelegt und so weiter. Das kann man noch so granular machen, wie man es möchte, wie man es am Ende in der Übersicht haben möchte als Geschäftsführer. Aber wichtig ist erst mal, dass du verstehst, es gibt diese verschiedenen Phasen in deinem Prozess, in deiner Firma. Also das musst du dir auch erst mal bewusst machen. Und dann willst du auch sehen, wie viele hier zu jedem Zeitpunkt drin sind. Hier kannst du dir in verschiedenen Programmen zum Beispiel anzeigen lassen. Hier sind zum Beispiel gerade fünf drin. Hier liegen zum Beispiel gerade zehn drin. Ja, hier liegen gerade zwei drin, wo ich nochmal nachhaken muss, was mit der Anzahlung vielleicht ist. Hier in der Reklamation liegt einer drin. Und so kann ich auch sehen, wie ausgelastet und an welcher Stelle hakt es zum Beispiel bei mir gerade. Ja, zum Beispiel bei einigen ist im Moment so zwischen Bestellung und Montage wahrscheinlich das Ganze, weil irgendwie das Material nicht rechtzeitig kommt. Und dann sieht man hier, okay, hier habe ich ein Problem, hier muss ich mir das Ganze anschauen. Klar weiß man auch so, wenn die Lieferzeiten zu lang sind, dass ich da ein Problem habe, da brauche ich jetzt kein Tool für. Aber natürlich möchtest du auch im Detail sehen, welche Aufträge das hier betrifft und eben eine Übersicht haben. Und so kann man eben sehr schön auch sehen, wenn der Kunde anruft, kann zum Beispiel jemand auch aus dem Büro ganz genau sagen, ja, in welcher Phase liege ich denn gerade. Oder beziehungsweise auch direkt sehen, in welcher Phase der Kunde liegt. Wenn er anruft, kannst du sehen, ah, okay, da wurde gerade ein Aufmaßtermin vereinbart. Und es ist eben das Ziel, alle Kunden hier von links nach rechts durch diesen Prozess zu leiten, möglichst schnell natürlich. Und alle Informationen, die hier auf dem Weg dahin benötigt werden, die haben wir dann hier in so einer digitalen Karte, in einer digitalen Baustellenmappe. Und das Schöne ist, hier können wir eben alles, wie gesagt, das ist jetzt auch erstmal toolunabhängig, aber hier können wir zum Beispiel so die Anschrift des Kunden reinmachen. Ja, dann vielleicht nochmal, was er genau bestellt hat. Also hier sozusagen das Produkt oder die Dienstleistung, hier sozusagen die Anschrift, also erstmal so die Stammdaten. Viele von euch werden so ein Programm auch schon haben für die Stammdaten des Kunden, vielleicht irgendwie um eine Rechnung oder ein Angebot zu erstellen. Aber hier ist das Wichtige eben, dass man hier den Prozessverlauf hat und hier dann auch zum Beispiel so etwas machen kann wie Checklisten. Ja, also zum Beispiel, wenn das gerade liegt in Aufmaß erstellen, dass ich hier eben auch eine Checkliste hinterlegen kann. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. So, und dann ist sozusagen Aufmaß, kann ich hier sagen, ist fertig. Und das können dann auch die Kollegen, die rausfahren und das Aufmaß machen, können das eben auch dann hier abhaken. Und das Coole ist, hier dann vielleicht auch noch Bilder hinterlegen, ja, zu dem Auftrag. Und der Clou an der Geschichte ist, dass du das im Büro öffnen kannst. Ja, das können deine Leute im Büro öffnen. Das kannst du öffnen, wenn du unterwegs bist, wenn du mal im Homeoffice bist, wenn du bei einem Kunden bist, auf einer Baustelle. Und das können eben auch deine Monteure auf einem Tablet öffnen, ja, und dann einfach eben sagen, hey, ich mache jetzt das Foto hier von der fertigen Montage und können direkt die Informationen hier rüber beamen. Und hier kann man dann noch so etwas machen, wie so zum Beispiel Dateien anhängen, ja, so PDF-Dateien, das Angebot, vielleicht noch hier irgendwie eine Rechnung oder so. Oder, ja, verschiedene Skizzen und so weiter und so fort. Also das Ganze ist sozusagen die Kombination. Wenn ich quasi hier auf so ein Kärtchen drauf drücke, dann soll im Endeffekt hier so eine digitale Baustellenmappe aufgehen, so dass ich mir das hier dann angucken kann. Und klar, wie das Ganze jetzt hier im Detail funktioniert, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Wichtig ist mir erstmal, dass du verstanden hast, dass so etwas sehr, sehr wichtig ist, um eine gute Kundenerfahrung zu ermöglichen und um dir auch als Geschäftsführerin ein gutes Gefühl zu geben, dass du alle deine Aufträge auch im Blick hast. Ja, wir haben sehr, sehr viele Partnerbetriebe auch, die wir auch persönlich immer wieder sprechen und wo wir auch wöchentlich immer Calls haben, wo wir uns zusammentreffen in unserer Mastermind und dann auch besprechen. Und die sagen, hier, ich merke jetzt langsam, ich brauche so etwas hier, ich will so etwas haben. Wie kann ich so etwas bei mir umsetzen? Und da arbeiten wir dann Schritt für Schritt dran, das auch in den Betrieben zu etablieren. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Hebel, um da eben auch eine schnellere Abwicklung und eine bessere Abwicklung für den Kunden hinzubekommen und um diesen Prozess einfach besser zu überblicken. Wie das jetzt im Detail funktioniert, wie gesagt, würde den Rahmen sprengen. Wenn du da Interesse mal dran hast, mal darüber zu reden, melde dich gerne mal bei uns auf der Webseite. Da können wir dir zeigen, auch wie sowas funktioniert, könnte ich da mal dahingehend beraten. Welche Tools und so weiter da wichtig sind, steht auch auf einem anderen Blatt. Wichtig ist erstmal, dass du das Konzept verstanden hast. Und schreib mir gerne mal unter dieses Video, ob du sowas schon im Einsatz hast oder welche Fragen du dazu hast. Also ich würde mich da auch persönlich freuen. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend, deswegen freue ich mich da auch mit dir persönlich drüber zu schreiben. Also wenn du Bock hast, stell mir gerne deine Fragen unten in den Kommentaren. Ich antworte da sehr, sehr gerne drauf. Und ja, das soll es auch für dieses Video schon gewesen sein. Ich hoffe, du konntest da einiges mitnehmen oder das hat dich ein bisschen inspiriert. Und ja, ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat. Gib gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.